Also Freunde, wir machen uns jetzt zum Kevin, der Jungs gerade in der Kamera, mit seinem Passat, holen jetzt noch eine schöne NPS und dann fahren wir nach Unenheim oder irgend so was in irgendein Verlassensgebäude und machen uns einen richtig schönen Abend drauf und pfeifen und machen richtig coole Fotos, wir haben ein halbes Fotostudio mit Schirm und alles mit. Also auf geht's. Unenheim, das ist eine Zweigstelle von einem Kinderheim quasi, da wurden schwerziehbare Kinder therapiert und es hat sehr abgelegen und absolut verranzt und das ist genau die richtige Location für uns. Bin gespannt. Hör mal auf, so aufsehen zu erwecken, das muss nicht sein. Ich weiß nicht, was der Bus hier macht, der Bus ist so unheimlich. Ich bin schon so erschrocken. Paul, ich will aber oben nicht rumschreien unter jemandem. Ja, das regnet aber wie die Sau, Alter. Jetzt kommt meine Kamera in den Regen. Shit, Alter. Lass mal zusammen hochgehen. Ich habe einen Schlag gehört. Ich mag sowas, ich liebe den Kick. Ich muss sagen, ein bisschen. Ich muss sagen, ein bisschen. Ich muss sagen, ein bisschen. Ich muss sagen, ich schau. Boah. 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 Es schon. Hammer. Boah. Boah. Die haben sie nicht aufbekommen. Das wird ein mega, mega, mordsgeiles Fotoshooting, wow, einfach die Tür, huuuh, weg hier. Wow! Wir sind gerade in einem verlassenen Kinderheim und machen mit DY-Fotografie mega geile Bilder, vor allem mit Licht. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020